Du, Mama? Ja? Was ist denn? Was ist los? Ich habe heute darüber nachgedacht, warum wir eigentlich leben. Und so wie auf der Welt sind. Was der Sinn von allem ist. Warum? Ich meine, sind das nicht irgendwie die wichtigsten Fragen von allen? Nein. Irgendwann sterben wir alle. Und dann liegt man auf dem Totenbett und man fragt sich, was hat in meinem Leben wirklich gezählt? Habe ich wirklich gelebt? Hast du was genommen? Hast du Fieber? Quatsch. Aber es ist doch klar, dass du das nur als eine Krankheit sehen kannst, wenn man mal darüber nachdenkt, worum es eigentlich wirklich geht im Leben. Okay. Und bist du zu einem Ergebnis gekommen? Mir ist klar geworden, dass mir diese ganzen oberflächlichen Sachen nichts bedeuten. Konsum, Leistung, Geld, Karriere. Und deswegen werde ich die Schule abbrechen. Ich gehe in ein drittes Weltland. Afrika, Nahosten oder so. Als Freiwilliger. Denn da kann ich wirklich Menschen helfen. Ich kann die Welt zu einem besseren Ort machen. Und wenn ich wiederkomme nach ein paar Jahren, kann ich immer noch sehen, was ich dann machen werde. Straßenmusiker oder so. Hauptsache ein erfülltes Leben. Hey Alter, Party werden wir heute Abend nie klagen. Hä? Nein. Deine Mutter? Ist die verreist oder was? Nicht direkt. Aber so ähnlich. Rufst du die anderen an? Mach ich. Ja. Yeah. Für LM. Die anderen nervös. Ich könnte niemals. wie machen wir da, überятно von rein. An Gasen nicht nurprogramm zum Explan. Wir machen, aber wir Goo bet友 Lisa. Wir machen Rom.